Hallo, ich bin der Manuel von SWT Sports aus Uchtelausen. Wir haben uns mit dem BMW 2-Ventil Boxer beschäftigt und supporten den Abbaujahr 1975 bis 1996. Leidenschaft, die ich zum Beruf gemacht habe. Der Boxer macht mir ganz viel Spaß und deshalb beschäftige ich mich ganz einfach mit. In diesem Kapitel haben wir uns jetzt mal die Kurvelle rausgesucht. Bei der Serienherstellung von BMW ist eine breite Steuerung vorhanden. Wir haben jetzt einfach für dieses Video eine Originalkurbelwelle genommen und haben die getauscht gegen eine von uns. In der Regel so, dass die Kunden uns ihre Kurbelwelle zuschicken und sie bekommen auch ihre Kurbelwelle wieder zurück. Wir haben da drei Systeme. Einfach die Standardwelle einfach wuchten oder die Standardwelle erleichtert. Die wird abgefräst und wird neu gewuchtet. Und dann gibt es die EVO 2. Da wird die Standardwelle abgefräst, die zusätzlichen Gewichte, die vom BMW angebracht waren, dann weggemacht und dann neu ausgewuchtet. Welche Vorteile bringt das Ganze? Das Motorrad ist agiler, wie besser am Gas, beim Überholvorgang, beim Beschleunigen. Das merkt man einfach. Und bei mir habe ich halt im Spritverbrauch auch gemerkt, dass ich da erhebliche Ersparnisse habe. Bei dem Motorrad haben wir natürlich dann auch ausgemessen, dass das Axialspiel auch passt und haben den eingelagert. Neue Steuerkette drauf, neue Kettenräder, dass es dann wieder fährt. Dieses Geschäft betreibe ich seit mehr als 15 Jahren. Das sehe ich als absolute Passion. Mir macht der Boxer, gerade der Zweivendiler, ganz, ganz viel Spaß und hängt da ganz viel Leidenschaft und Herzblut mit rein, einfach um diese Motorrad zu erhalten. Wir lassen viele Ersatzteile selbst herstellen, um einfach den Erhalt des BMW Zwei-Vendilboxers zu gewährleisten, dass einfach die Motorrad auf der Straße bleiben können. Was gibt es schöner als ein Boxer? Ja. 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 Ja.